Hi Leute, willkommen zurück zu Risen. Wir gehen an Eldricks Truhe. Ja, dann geht. Ein Magiekristall. Oh, das ist schön. Und eine Flasche Vino. Kannst du mir Alchemie beibringen? Ne, ne? Ich hab einen von den Kristallen, die du wolltest. Gut, aber denke daran, er wird bei dem Ritual seine Magie verlieren. Wenn du ihn noch anderweitig brauchst, solltest du noch mal losgehen. Äh, hier bitte. Hier hast du einen Feuerkristall. Ja, sehr gut. Damit wird es uns gelingen. Wie geben wir dem Kristall seine Magie wieder? Dazu bedarf es eines alten Rituals. An einem besonderen Ort. Worauf warten wir dann noch? Bevor wir damit anfangen, muss ich ein paar Dinge mit dir besprechen. Was gibt es so Wichtiges zu bereden? Du hast mir das Leben gerettet und ich stehe in deiner Schuld. Deshalb werde ich dir helfen. Aber du lässt dich mit Kräften ein, die du womöglich nicht verstehst. Die niemand von uns wirklich versteht. Bevor du etwas Unbedachtes tust, möchte ich, dass du zu mir zurückkehrst und berichtest. Ich werde dir berichten. Gut. Du musst so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Niemand baut ein Tor einfach nur so. Dort drinnen ist etwas. Was vermutest du? Wenn ich vermuten würde, wäre ich nicht besser als der Inquisitor. Ich will wissen, was da unten ist. Finde heraus, was das Tor beschützen soll und komm zu mir zurück. Es muss dort Aufzeichnungen geben. Die musst du finden und studieren. Lass uns den Kristall aufladen. Gut, aber das können wir nicht hier machen. Folge mir. Ach, wieso nicht? Hier schön im Wohnzimmer. Hast du ja extra aufgeräumt. Nicht. Bleib hinter mir. Ja. Mein Gott. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Halt. Was ist das hier für ein Ort? Das ist ein Platz von großer magischer Macht. Lass uns mit dem Ritual beginnen. Oh. Was ist das? Es ist vollbracht. Und? Was ist mit der Scheibe? Hier. Sie selbst. Sie ist wie neu. Danke. Dann werde ich die Scheibe zum Inquisitor bringen. Tu das. Aber vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Sei besonnen und berichte mir, bevor du eine folgenschwere Entscheidung triffst. Viel Glück. Ja. Mach ich. Jawoll. Dann haben wir zwei von fünf Stück. Das ist schon ein ansehnliches Ergebnis. Das kann sich sehen lassen. Okay. Dann gibt es aber noch eine Sache, die wir machen wollten. Wir wollen ja noch oben lang. Keine Ahnung, was es da so gibt. Obwohl, haben wir das nicht schon gemacht? Ja. Das sind die Stacheln. Die können wir mitnehmen. Yay. Mit unserer goldenen Kneifzange. Ich höre wieder irgendwelche bösen Wörter. Das ist gefährlich. Ich höre doch, dass hier alles in diesem Spiel gefährlich ist. Mein Gott. Und dann versuchen die mir auch noch weiß zu machen, dass hier alles easy ist, ne? Ist aber nicht. M. Okay. Ich würde gerne mal da reinzoomen, damit ich weiß, wo ich bin. Ach, hier. Okay. Dann gehe ich mal hier nach oben und sehe meinem eigenen Schicksal entgegen. Das sind ja schon zwei solche Stachelschweine. Hast gedacht, ich würde mich bewegen, wa? Das ist der alte Trick. Ich habe einfach so getan, als würde ich nach vorne springen. Bin es aber nicht. Und dann war ich auf einmal... Ah, ja, genau. Ne. Also, hier ist definitiv für uns die Reise vorbei. Deswegen würde ich sagen... Hier haben wir schon alles gemacht jetzt, oder? Wir könnten theoretisch noch da oben in dieses eine Schloss da rein. Aber da war auch so eine von diesen Aschebästchen. Die sind ja richtig kratzbürstig, deswegen möchte ich mich mit denen gerade mal nicht anlegen. Wie wäre es, wenn wir uns einfach ins Kloster zurückporten? Vulkanfestung, ja. Hallo! Eldrek wurde von Echsen gefangen. Echsen? Was für Echsen? Echsenmenschen mit Schwertern und Rüstungen. Mir ist egal, wer sich mir in den Weg stellt. Weißt du noch mehr über sie? Hm, nö. Eldrek sagt, dass die Echsen einst über die ganze Welt herrschten. Das ist es also. Sei es, wie es will. Jetzt herrschen wir über diese Welt. Und was immer diese Bastarde auch vorhaben, ich werde es vereiteln. Also, irgendwie klingt er so, als würde er nicht so unbedingt wissen, was er da tut, ne? Naja, ich könnte mir vorstellen, dass eine Scheibe noch beim Banditenlager ist, in dem Tempel, wo wir erstmal nicht reinkamen, bis wir da diese Barriere durchsprengen konnten. Und, ähm, was ich mir auch vorstellen kann, ist, äh, Aschenpudel, ne? Ja. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Typ, der da arbeiten sollte, eigentlich schon gestorben ist. Wenn nicht durch uns, dann durch irgendjemand anderes, mein Gott. Wie erschaffe ich eine magische Spruchrolle? Um eine Spruchrolle zu schreiben, brauchst du eine Vorlage. Also, eine Rune. An einem Runentisch kannst du die magische Struktur der Rune auf ein Pergament kopieren. Damit die Magie in dem Pergament gespeichert wird, brauchst du, je nach Zauber, verschiedene Zutaten. So, kriege ich jetzt eine? So, bekomme ich jetzt die Rune? Hier, ich gebe dir eine Rune des Lichts. Damit kannst du anfangen. Wenn du weitere Runen brauchst, wende dich an Meister Cyrus. Und wenn du Spruchrollen brauchst, kommst du zu mir. Ja, brauche ich. Okay, was hast du denn? Witz erzählen, die brauche ich definitiv. Ey, genau so. Ein Pfeiler hier, leck mich hier in den Porn. Sie können sagen, warte, 78 gibt das nur? Ey, Junge. Da machst du aber hier ein richtig krummes Geschäft, ne? Kein Kuhhandel hier. Sowas lasse ich nicht mehr mehr machen. Aber ich habe ja sehr viel Geld jetzt wieder gekriegt. So. Ich kann ja vielleicht ein Runenschild. Das ist ja schön. Ein magischer Schild. Mächtige Runen bieten zusätzlichen Schutz. Also würde ich wirklich mit Schilden kämpfen? Dann würde ich das machen. Ich gebe dir noch 53 Euro. Oh, es ist sehr nett von dir. Danke schön. Tschüss. Ja. Tja. 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 Gibt's was? Nee. Gibt nichts. Okay. Jetzt könnte ich theoretisch auf Stärke gehen oder ich mache noch weiter Axtkampf. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Axtkampf doch eine coole Sache ist. Deswegen mache ich das. Obwohl Stärke gibt dann mehr Bums, ne? Na ja. Oh Gott. Jetzt wäre ich beinahe hier runtergesprungen. Hätte ich wieder dieses Idiot Achievement gekriegt. Ach. Die sind alle so reizend zu mir hier. Da liegt noch ein armes Schweinchen. Hallo. Danke. Ein schönes Stück Fleisch kann niemand verwehren. So. Dann drücken wir mal M und gucken mal, wo denn unser Ziel ist. Ach. Ich kann ja nochmal unseren komischen Typen da erzählen, dass wir jetzt den, äh, Bürgerkicken, den Obersack erledigt haben. Ja. Jetzt mittlerweile sind wir stark genug. Was macht er denn da? Hat er das Dach gereinigt? Ey, das habe ich gesehen. Was bist du denn für ein Affe? Du hast Glück. Ich habe deine Kristallscheibe gefunden. Was? Wie denn? Wo denn? Du hattest recht. Die Gnome hatten tatsächlich einen Anführer. Äh. Du meinst, den Gürger gibt es wirklich? Gab es. Er ist tot. Ich habe eure gestohlene Kristallscheibe tatsächlich bei ihm gefunden. Unglaublich. Ja. Du kannst dich jetzt wieder entspannen. Danke, Mann. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was der Inquisitor mit mir angestellt hätte. Wäre die Scheibe nicht wieder aufgetaucht. Du hast meinen Arsch gerettet. Hier. Nimm dies zum Dank, mein Freund. Möge die heilige Flamme über dich wachen. Oh, ja. Jetzt fühle ich mich gut. Es sind immer so Momente, wo ich mir denke, gut, dass du in dieser Welt bist. Ja. Sehr, sehr fein. Lol. Tja. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich schon fast mit unserem Latein am Ende hier. Ich kann ja noch mal versuchen, ob wir den letzten Lernpunkten, die wir da haben, den 15 Stück da, ob ich mir da in der... Da sind andere Echsenmenschen noch. Hallo. Oh Gott, ja, genau. Nee. Also mit einem Kumpel dabei, der mir helfen konnte, war das eine Sache, ne? Ah. Das ist schon... Ich hab jetzt... Darauf bin ich nicht vorbereitet. Aber warum auch nicht? Wir haben jetzt einen neuen Gegner-Typus. Der ist jetzt überall in dieser Welt. Und deswegen krieg ich wieder von vorne bis hinten richtig auf die Fresse. Ja. So muss das doch. So ist das Leben doch sehr, sehr lebenswert. Tja. Gut. Hallo. Jetzt kämpfen wir nochmal gegeneinander. Achtung. Ja. Das ist aber auch frech, gegen zwei gleichzeitig kämpfen zu müssen. Hier. So, du Minusmensch. Ja, so muss man das machen. Es ist schon... Man merkt schon, ab jetzt wird's hier richtig hart. That's what she said. Das ist schon, ab jetzt.